zu werben läuft läuft das ist innerhalb der mauern ja innerhalb welcher mauern kann ich jetzt was bauen sagt mir das mal da kann ich gebäude bauen das villa es ist eine große ehre verletzt zu werden ist es wirklich bauen ein neues tor nach tor dreh dich richtig rum dreh dich doch krach 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 sagt das wie ich krach krach haben wir denn hier keine holzfäller na wir haben natürlich keine holzfäller verdammt na gut dann muss ich jetzt erst hier ein schnelles gebäude bauen um dann holzfäller ausbilden zu können ja und zwar schnell ist das stichwort schnell hier eins und da eins dann baut ihr hoffentlich ganz schnell warum kann ich denn eure gebäude nicht benutzen leute verteidigt das nachbardorf vor dem feindlichen angriff klärchen wird gemacht ich darf nur eure gebäude nicht benutzen weil ich dann priester und magier ausbilden könnte gibt es doch einfach zu ach ihr baut jetzt hier meinen ach so ach so das baut ihr für mich auf ist aber nett aber das tor das baut ihr mir nicht auf ihr Pfosten ihr ihr Pfosten nicht das mal sagen darf Pfosten mein scharfblick täuscht mich sicher nicht es ist doch der feind es ist doch der feind kameraden helft mir tu deinen Diensten ja bleibt mal bitte stehen hier ach so das ist da vorne ach so da vorne greifen sie an aber wieso mir greift doch gar keiner an oder war es nur ein wolf wie eh und je oder sind die nur vorbeigelaufen und kommen gerade zu mir die alten hippies die die mauern nach oben wachsen ja wir kennen den spruch ich würde lieber in mein Federbett rutschen doch euer Wort ist mir befehl ja ein kleiner Umtrunk wäre nicht schlecht nee wäre wirklich nicht schlecht jetzt was zum saufen wäre das jetzt was zum saufen es ist blöd dass ich hier die Barrikaden nicht zumachen kann was das soll finde ich jetzt so etwas unverständlich finde ich das etwas hier ja da kommt noch eins hin und da ist ja zum Glück einer der zur Arbeit ja auf zur Arbeit da ist einer von denen und da stelle ich dann noch einen rein zu Befehl mein Prinz geh du mal schnell da rein und übernimm du mal das Kommando über das Tor ja und mach am besten einfach zu einfach zu sagte ich einfach zu gut die kann ich ja leider alle nicht kontrollieren Gemäckchen und hier die rennen wahrscheinlich wie die blöden Verwirrten dann durch die Gegend aber das ist mir relativ wurscht ich kann immer noch nur Schwiegermütter machen also erstellen machen hört sich komisch an kann ich hier irgendwas hinbauen nö da nicht da nicht da nicht ist hier irgendwo Platz für ein Haus Hallöchen ich hätte gerne ein Haus gebaut ja Haus ne ihr wollt mich doch verkeiern ihr habt doch gesagt ich könnte hier was hinbauen wieso kann ich hier denn hier nichts hinbauen oder kann ich hier was hinbauen hier nein da ne nö ich hab doch gesagt ich könnte was bauen muss ich jetzt erstmal neue Straßen ziehen oder was hier kann ich keine neue Straße ziehen löse auf die Palisaden auf die Palisaden da stehen immer Typen und sagen mir wann denn der Gegner kommt ja ich war gerade dabei die Szene zu wechseln nöhn bin ich bereit wo sind denn meine Holzfäller wo seid ihr seid ihr einfach weggelaufen das sind denn die beiden Trottel ich wollte gerade den fein Verblocktee trinken unmöglich stehen da nur rum und machen nichts ja ja okay okay ja ja gut an die Arbeit hört schnell das auf die Schlauberger greifen uns an wo greifen denn die Schlauberger an das ist ja die Frage da greifen Schlauberger an ach du heiliger da kommt ne fette Armee ne richtig fette Armee immer auf die Kleine ja das heißt immer auf die Kleine zieh mal schnell da was hoch auf zur Arbeit zur Arbeit genau du machst da was und du kümmerst dich darum schon wieder ja schon wieder haben wir noch einen Bogenschützen ja da ist noch ein Bogenschütze der uns helfen kann schön so jetzt wieder zum Thema zu dem Thema dass wir das immer noch nicht bauen können verdammt obwohl hier hinten waren doch da sind ne arg ich verfluche euch an die Axt und an die Arbeit an die Arbeit ja ja wieso kann ich denn hier nichts hinstellen ich muss doch hier ein Gebäude hinstellen können das ist doch nicht wahr Mist 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 Zwitscher Zwitscher ja ja dann baue ich hier mal an der Seite was lang stelle dann da hinten noch das Gebäude hin ja toll jetzt habe ich keine Milch gerade mehr ist auch blöd ne ah da kommt gerade wieder Milch rein Baracke preis 200 sag jetzt nicht mir fehlen echt neun neun Milcheinheiten wie man die auch immer berechnen mag aha so bum bum ne bum bauen oder zerstören 1 2 und nach oben ne das kann ich nie ich speichere einmal gerade zwischendurch speichern ich will jetzt möglichst schnell diese Schlacht schlagen und gewinnen weil da kommen nämlich dann böse Kameraden kommen da ui können wir mal ganz viele ah da steht ja noch einer ich wollte gerade dabei die Szene zu wechseln neun bin ich bereit neun ist er bereit ja ich glaube ich stelle hier noch ein paar Verteidigungstürme hin weil umso mehr Verteidigungstürme umso besser ist ja die alte Volksweisheit ne umso mehr Verteidigungstürme umso besser kennt man ja ich hoffe mal da sind keine Zauberer bei irgendwie die hier auf meine Leute feuern innerhalb des Bereiches ich will erstmal sagen ihre Aufgabe zu vollenden ihr bleibt mal stehen obwohl ihr könnt ja wegrennen ne wenn wenn da der Gegner kommt oder und auf euch schießt wo ist meine Milch gebt mir meine Milch und ah da sind ja noch betrutschen doch euer Wort ist mir befehl da sind hier noch äh zuständige Bogenschützen kommt mal rüber könnt ihr euch gleich dahin stellen und angreifen wenn es was zum angreifen gibt natürlich nur da vorne kann einer rein es ist an der Zeit wegen Tapferkeit berühmt zu werden hoffentlich ist das nicht wieder ein ah da kann auch einer rein oh hier können überall welche rein warum auch immer warum ist denn das hier alles unbesetzt frage ich mich ja du gehst mal noch da vorne rein aber die anderen beiden können hier vorne bleiben weil ich glaube jetzt ich glaube weniger dass die von der Seite angreifen was der Feind oh ah los geht die Party kommt jetzt doch mal macht hinne helfen oh schönen Morgen ich hatte dich immer lieb Kameraden helft mir oh meine Beine schmürzen schmürzen tun sie schmürzen so was ist denn das hier für ein Theater du greift mal alle an schade um die Zeit machen wir uns ans Werk sind echt eine Menge Bogenschützen Feuer alle Mann Feuer shit shit wenn ich das mal so sagen darf zu befehl mein Prinz wo ist denn der Sigi Sigi aus den Augen verloren ach da vorne steht er ich gehe zu Ende das ist aber wow heiliger Bim Bam das ist mal eine fette Armee und ich komme natürlich jetzt nicht zurück hier in die Burg rein na toll ja wir wissen es wir sind tot ja ja tot und Taddle schießt wieder auf die Gegner bevor er verschwindet einfach schön laden der erste Tod hier dann lad mal Rittertum und Ehre sind das höchste Gut auf Erden nochmal da rein und ihr beide macht jetzt erstmal was anderes könnt ihr das nicht selber machen ne des kon i ne 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 ihr sollt nicht hallo hallo Jungs Jungs auf zur Arbeit ihr sollt hier die Wachtürme hochziehen die hat das die hat das so ja die beiden können ja nicht da rein du mal da rein und hier war ja alles okay ne ja hier war alles Klärchen ich baue allerdings hier noch mehr Türmeilen Holzgeruch eins zwei und nach oben eins zwei und nach oben ich baue brauche noch mehr Bogenschützen definitiv der Thron steht uns zu tut er wirklich sagt wer außerdem hast du den Thron die Prinzessin steht dir zu und zwar als Gemahlin oder als ge weiß ich nicht wenn man nicht malen kann vielleicht kann man zeichnen ne weiß man ja nicht immer diese Schufterei ja die Schufterei zu Befehl immer da rein haben wir hier noch einen oder hab ich noch was am Auge na hier war doch müsste doch noch hab ich nicht ne dann halt noch ein Bogenschütze dann verschanze ich mich jetzt hier hinter den steinernen Mauern macht doch viel mehr Spaß das Ganze eine neue Spielfigur ich will gerade um die Szene zu wechseln nün bin ich bereit nün bin ich bereit föh oh jetzt geht's los jetzt geht's los soll ich euch helfen und es geht los krass, wo hauen die denn hier drauf alle ich speichere das einmal gerade ich weiß der Krieg hat schon angefangen aber sicherheitshalber speichere ich das mal gerade weil die Taktik ist ja jetzt eine andere hoffentlich lohnt es sich es lohnt sich, bestimmt ich hätte gerne hier noch was hingestellt ja da kann ich auch noch was hinstellen und ihr baut das ja ihr baut das für mich das ist aber nett was denn ach so und ihr hier macht mal bitte die Tür zu hallo ja danke ja danke danke